Hallo zusammen, willkommen zurück bei SOMA. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, das letzte Mal sind wir hier in diesem komischen Graben angekommen, auf dem Meeresgrund. Und nun muss ich erstmal gucken, wo wir genau lang müssen. Und es ist scheiße dunkel. Scheiße sagt man nicht. Entschuldigung, Scheibenkleister dunkel. Ich seh wirklich gar nichts. Mein Bild ist schon wieder so komisch verschwommen, bin ich schon wieder angeschlagen oder was? Genau, unter Wasser donnerts. Schön. So, machen wir auf da die Lupe. Ah, schon besser. Licht. Überall Werkzeug, alte Flaschen. Gibt es was interessantes für mich? Seht nicht so aus. Okay. Na nun, hoppla. Ist das eine Mietpistole oder sowas? Und ein Flex. Gute alte Flex, die darf selbst unter Wasser nicht fehlen. So, was ist hier? Schöne Tür aufmachen. Huh. Okay. Wir sind irgendwo in der Nähe von Tau. Und müssen... Ja, genau da müssen wir nämlich hin. Nach Tau, soweit ich weiß. Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, müssen wir nach Tau. Was ist das denn zur Hölle? Ist das hier Blut? Oh. Oh. Jesus, hast du das gesehen? Steig auf die Lamp-Lights, sie werden nicht nach ihnen gehen. Ich kann nicht, Glasser. Es ist wichtig, dass ich Omicron reache. Unsere Zukunft depends auf es. Calm down. Let's just follow the path. Wenn ich sterbe, ich brauche dich zu sagen, Julia Dahl, dass die Welt ist aus Kontrolle. Sie braucht nach Sarang. Sie wissen, was zu tun. Ross, du kannst dir selbst erzählen. Wir müssen nur den Platz aufnehmen, okay? Glasser! Wir haben den Weg verloren. Wir müssen zurückgehen. Ich weiß, wo wir gehen. Komm schon. Es ist da. Das Licht ist da. Finale Puls, Ross. Wir sind fast da. Schau raus! Ja, da hat es ihn zermatscht. Wie man ganz klar erkennen kann. Den hat es völlig zerjagt. So. Ich hing fest. Oder ich hing fest, beziehungsweise besser gesagt. So, was ist das? Das ist ein Stein. Was? 700 Meter. Oh mein Gott. Ah, okay. Also wir müssen den blauen Lichtern folgen. Das wird ja jetzt Spaß. Wenn ich mich noch recht erinnere, war das gar nicht so einfach. Ja. Hinten leuchten die rot, vorne blau. Das sollte doch wohl nur zu schaffen sein. Das wird tatsächlich... Sieht schon echt cool aus, ey. Oh mein Gott. Oh ja. Schnell weg. Oh ja, stimmt. Und... Oh, es ist laut. So, lass mal die Türe zu hier. Na, komm schon. Na. Na, ganz toll. Ich habe die kaputt gemacht. Scheiße. Ich sehe nichts. Hilfe. Die Taschenlampe bringt hier unten auch echt wenig. Inventar. Ja, toll. Missionslock. Komm. Ich lese das Ganze jetzt nicht durch hier. Wer es lesen möchte, kann da kurz Pause drücken. Mal gehen. Das wollte ich sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Buckelwahl. Kalmar. Auf die kann ich verzichten. Auf die auch. So. Okay, es stimmt etwas. Ja, da ist ja schon Kalmar. Vollidival. Was ist das? Sieht das in Aal. So, wir müssen weiter den blauen Lichtern folgen. Die Frage ist nur, wo sind die blauen Lichter? Das ist doch rot, oder? Was bist du? Auch ein Knicklicht. Wieso liegt hier ein Knicklicht? Und wie viel wichtiger ist, kann ich das aufheben? Nein. So, ich folge mal den Kabel. Das wird schon richtig sein. Toll, die Dinger sind ja aus. Oh Mann, irgendwas war doch noch hier unten auf dem Weg nach Tau. Oh Mann. Ist das jetzt richtig? Ich habe keinen Schimmer. Irgendwas kommt doch grad. Oh. Was war das? Ach da, ein blaues Licht. Cool. Überknicklichter. Oh Junge, renn doch mal. Das ist genau das richtige Spiel für mich. Irgendwas unter Wasser. Ich bin eh kein Fan von Wasser und vor allem wilde Gewässer. Wo muss ich denn hin? Ich fühle mich hier nicht wohl. Alles cool. Für das Sturm hier. So bin ich jetzt richtig. Ja, das sieht schon mal vielversprechend aus. Zu wenig Strom. Das ist natürlich schlecht. Zu wenig Strom ist nie gut. Ach ja, da fällt mir ein. Ich habe in der letzten... Also, wo wir angefangen haben, habe ich ja noch so'n... so'n Kasten hier vergessen. Genau. Wieso ist meine Taschenlampe ja nicht aus? Das ist Tau? Wer ist das? Das ist Tau? Wer ist das? Das ist Tau? Das ist Tau? Das ist Ian Peterson von Theta Calling. Ich habe ein Team mit mir, und wir sind eine halbe Kilometer von Tau. Was? Wie... Wie... Du kam in der Climber? Listen. Wir haben einen wirklich schweren Zeit mit diesem Sektor. heavy Turbulence is making it difficult to move forward. And the wildlife you got is absolutely rapid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Alright, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Ja, ganz genau so geht es uns auch gerade hier. Der Sturm tobt und die Viecher drehen ab. So, das wird ja nichts hier. So, wo war ich denn? Ja, genau bei Unterwassersachen. Boah. Was ist das denn? Ja, als ich das erste Mal Stranded Deep gespielt habe, war... Es ist der absolute Horror, ins Wasser zu gehen. Erst recht, wenn dann noch ein High kam. Dann war ganz vorbei. So, wo sind die Lampen? Ach, ich soll dem wahrscheinlich hinterherlaufen. Ja, Steuerung. Tau. Ich hoffe das stimmt. Ich weiß keine Ahnung, ob das richtig ist. Oh ja. Okay, der Saus ist los. Ich laufe dem jetzt hinterher. Weil die Lampen scheint überall aus zu sein. Ja, das klappt einfach mal schön in den Lichtkegel von dem. Boah, ist der Wahnsinn. Ich will wieder rein. Irgendwo rein. Egal wo. Ich mag das nicht. Irgendwo. Ach, das ist ein Licht. Gott sei Dank. Oh! 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 Da! Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo ist denn? Was ist das für einer? Oh Gott! Muss ich da lang? Ist das richtig? Was erstmal... So ist denn die Lampe aus? Äh. 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 Jetzt bin ich auch noch im Labyrinth gelandet, wo muss ich denn hin? Hier war das, wenn man sich immer links hält, kommt man irgendwann raus oder rechts. Hier sind zumindest überall Knicklichter, also scheint der Weg schon nicht schlecht zu sein. Na, wo bin ich jetzt? Voll im Sturm drin, da ist wieder ein Kabel und da sind die Lichter. Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Oh, ist das dunkel. Oh mein Gott, Junge. Alter Kasper-Kopf, lass mich in Ruhe. Ich sehe eh schon nichts, da musst du ja nicht auch noch hier rumstehen und nicht erschrecken. Komm Robo Simon, nimm die Beine in die Hand. Oh, das sieht gut aus. Immer schön den Lichtern folgen. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Kracke. So, hallo, darf ich rein? Ja, ich schwenke das Omnitool. Los geht's. So. Los geht's. endlich beim Trocknen. Oh. Wieso geht's denn so komisch? Oh. Lade-Rockler. So, komm, mach die Tür auf. Jawoll ja. So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt habe ich ganz kurz gerade nicht aufgepasst. Ich habe gerade das hingeguckt, habe ich geguckt. Ich bin froh. Ich bin froh. Was ist da? Du bist gut? Was ist da? Wir haben noch nicht genug, so lange zu gehen. Die Leute haben sich getötet. Ich habe niemanden von jemandem in Monaten gehört. Keine Angst, die alle denken, dass du hier bist. Oh Gott. Wir müssen die E-Vac-Story zurückkommen. Oh Gott. Wir haben eine wichtige Mission. Wir brauchen deine Hilfe, um die Omega-Spielung zu operieren. Wenn es fertig ist, können wir alle zurück auf die Platte gehen. Aber jetzt müssen wir, um zu gehen? Natürlich. Gehen wir nach dem Habitat. Wir haben die Frontsektion geschlossen, um die Kraft zu behalten. Okay, sehen Sie bald. So, was ist das hier? Ach ja, wieder so eine komische... Ach cool, wir können das Licht anderen aus... Ja stimmt, konnte man vorher auch schon. In manchen Räumen zumindest. Wieso wird die Schleuse unter Druck? Und welche Schleuse? Ich bin ein bisschen viel wert, ich weiß gerade nicht, wie ich hin muss. Und ich bin immer noch beunruhigt. Wegen der Schleuse. Oh! 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 Da hinten war Besuch. Ich habe Angst. Nein! Oh mein Gott! Wo muss ich hin? Oh! Oh, er kommt. Er kommt. Oh! Oh Mann, die Tür ist offen. Oh! Den habe ich ja völlig vergessen. Oh, hau bloß ab. Ganz so, bin ich überhaupt nicht reingekommen. Jetzt wäre ich jetzt aufgeschmissen. Da steht der direkt vor der Tür. Hey, Kollege. Hey, das ist doch auch so ein Anzug, wie wir haben. So ein Simon-Anzug. Oh, der ist immer noch hier drin. Flix dazu genäht. Ja, was mache ich denn jetzt? Geht er auch mal wieder weg? Das finde ich nicht lustig, sowas. Was soll das denn? Vor allem, der kann ja auch noch rennen, recht schnell. Oh! Meine Güte. So, wo geht der jetzt hin? Scheiße, das ist doch noch gut zu Fuß, ey. Oh, jetzt kommt der auch noch wieder. Oh, nein, nein, nein. Rein da. Türe zu. Toll, jetzt hänge ich hier fest. Sonnenmiss aber auch. Ich mache jetzt die Tür wieder auf. Ah, ich glaube, ihr habt mich nicht bemerkt. Oder nicht bemerkt, wo ich hing, gerannt bin. Na gut, ich bleibe trotzdem mal kurz in meinem Schrank sitzen. Und wir enden dann an der Stelle hier die Folge. Ich sage, danke schon fürs Zusehen. Scheiße, jetzt kommt er. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Reinschauen. Und ja, macht's gut. Ciao.